Wir sind Maximilian Lösch und Jula Kim Sieber und wir sind hier um die Summer Academy Pool Play, eine Artistische Forschung über Raum und Zeit, die sind von Architektur, Musik und Dance. Ich habe zehn Bilder, und Jula hat zehn oder neige Bilder. Wir wissen nicht, welche Bilder und jetzt ist Jula. Das ist der erste Bild von Maximilian. Es gibt zehn anderen. Unsere Workflow, als wir durch das, haben wir bereits mit dem Darmstadt-Migrates-Event, das wir ein Jahr später hatten. Es war über Kultur, Internationale und Ideen und Projekte. Diese Dinge haben sich in verschiedene andere Projekte gegründet. Der heutige Projekte ist Pool Play, das ist eigentlich um die Menschen von all over Europa, mit den professionellen Architektur, Musik und Dance, weil diese professionellen Raum und Zeit zusammenzubringen. Was eine perfekte Bildung er mir hier, um Raum und Zeit zu expressieren. Die ganze Sache wird passieren in einem Empty Pool Play, in einem Empty Swimming Pool, das ist eigentlich wo Max war, vielleicht. Almost. Und wir werden versuchen, etwas Artistische Forschung zu machen. Wir heißen das Artistische Forschung, weil wir fühlen, dass mit all dieser Forschung und dem Bachelor-Master-System wir haben jetzt gerade, viel Innovation wird nicht passieren, weil ich glaube, dass Innovation kommt aus dem Inneren. Also, wir müssen in eine RELAX-Position sein, zu sein, zu sein, zu sein, damit die Idee wirklich aus sich herauskommen. Wir machen das in einem Grupp. Es gibt eine Synchronisation zwischen uns, damit diese Millionen Projekte, und die Projekte, die wir durch unsere Böden und Minds, kommen zusammen. Und dann, ja, wie ein Swarm, das hat bestimmte Regeln zu always reagieren, oder reagieren, zu den Environment. Wenn es etwas kommt, wenn es etwas kommt, es gibt bestimmte Regeln, zu einer anderen, oder so. Und so, sie sind sehr gut synchronisiert, zu sein, sehr, sehr stark, als ein Swarm ist. Und ja, Zeit und Raum, das ist ein Wichtiges. Ich dachte, das gleiche für Sie, aber ich habe nicht. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich wollte das sagen. Wir brauchen ein Wichtiges zu entwickeln, um unsere Ideen zu entwickeln, und um etwas zu machen. Die Widenheit, die ÖPNN, das ist deshalb, wir sind in den Mountainen. der Ort, der Pool Play, das heißt, Inichen, in German, San Candido, in Italien. Es ist in den Süden Turow, die deutsche Partie, in Italien. Trentino. Und ja, so, es ist immer noch nie rain, wie Max sagte, aber es ist immer schön. Okay, das, ich würde sehen, wie unsere Projektion Area, wo wir unsere Ideen in der Stadt Inichen, in der Stadt So, ich würde sagen, das ist unser Cube, das wir in Inichen in Inichen. Okay, das reminds mich von einem anderen Projekt, das ich und Jula gemacht habe, und ich denke, das kreative Workflow, oder die Creativity, das wirklich ist ein Teil von Pool Play. und Improvising, mit dem was da ist, nur mit mit Creativity. Hier, das ist eine sehr interessante Bildung. Es ist, wir haben das zusammen, um ein bisschen was zu tun, was passiert in Pool Play. Wir haben drei Professionen, die wir integrieren, etwas Neues und viele Ideen werden aus Es ist es going zu Dive in Blinde, in in something you nicht wissen. Ich denke, wir wollen auch stimulieren Creativity durch das, zu gehen mit was kommt. Für es ist es going zu be die End in Pool Play ist eine Theater und für die Qualität vielleicht von Ancient Greek oder die Simplicity von Wasser. Und das ist ein der der Elemente der Summer Academy ist in dieser creative und dieser free von Ideen, und Prozesse wo Dinge passieren. Es die in die Interaktion ist wenn du raus der Idee und die andere das ist wenn neue Dinge passieren. und ja ich denke , dass die schöne Landscapes sind hier ist für sicher wichtig zu haben die Ideen kommen und die Spotlight wird überall wo es ist die central point wird was wird da nicht was wird werden wo es und auch aus dem kann aus einem an empty pool which is really just floor the nourishment of nature will come out und es wird wie ein fire wird wie es wird es wird wie das Funken wird über und bringen Menschen zusammen das ich glaube wir sind durch das wenn du interessiert apply es wird fantastisch das das ich